Wir sind in Rumänien und heute reden wir mal über das Aussehen. Augenscheinlichstes und auffälligstes Merkmal. Achtung, ist sicherlich mein prächtiger Bartwuchs. Dafür musst du den Mund jetzt nicht so komisch halten. Doch, muss ich. Mein Opi hat mal gesagt, der war mit einer ähnlich mächtigen Haarpracht im Gesicht gesegnet. Das ist ein Eisenbahner Bart. An jeder Station ein Haar. So komisch das bei mir auch aussieht, ich lass das jetzt mal wachsen. Weil, ein kluge Mann hat auch mal gesagt, dass Haare, egal wo, auch im Kopf die Zeit sehr gut symbolisieren. Illustrieren, wie auch immer. Ansonsten ist auffällig, was die Sonne mit uns tut. Leute, die ihre Armat noch nicht verloren haben, sehen so aus. Und Leute, die immer fleißig Radlerschutz tragen und sich nicht die Knie eincremen, sehen dann so aus. Gleiches kann man an den Knöcheln beobachten. Bei Lena sieht man jetzt den Wuchs der Haarlänge nicht so drastisch. Ansonsten geben wir uns Mühe immer gepflegt auszusehen. Was man von unseren Unterkünften auch nicht erwarten kann. Aktuell sind wir in Rumänien und haben uns mal nur einen halben Tag mit Fahrradfahren beschäftigt, um so ein paar Sachen zu organisieren. Unter anderem auch Visumsanträge. Ach und eins noch. Die Sonne zeigt ihre Wirkung. Lena wird langsam blond. Und